Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, das Jahr 2019 geht langsam zu Ende und wir alle bereiten uns auf das Weihnachtsfest vor. Ich möchte Ihnen auch von meiner Seite aus frohe Feiertage wünschen, Gottes Segen und einen guten Start für das Jahr 2020. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr, für viele Begegnungen, manche Kritik auch, die Sie mir ausgesprochen haben und ich freue mich auf das Jahr 2020. Das Wichtigste ist für Sie und Ihre Familien, bleiben Sie gesund, bleiben Sie auch optimistisch und zuversichtlich für das neue Jahr. Ich freue mich auf manche Begegnungen mit Ihnen, auch im neuen Jahr, auf vielfältige gemeinsame gute Ideen, die wir haben, auf politischen Erfolg, auf wirtschaftlichen Erfolg, einfach auf ein gutes Jahr 2020. Verbunden mit dem Dank für das alte Jahr wünsche ich uns, dass wir uns im neuen Jahr häufig sehen und gute Gelegenheiten haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Alles Gute für Sie. Das Wichtigste ist für Sie. Vielen Dank.